Derek Draper, der Ehemann von TV-Moderatorin Kay Garaway, ist nach einem langen Kampf gegen Long Covid verstorben. Sie hielt seine Hand während seiner letzten Stunden. Nach fast vier Jahren Kampf gegen Long Covid ist Derek Draper, 56, gestorben. Dies teilt seine Frau und berühmte britische TV-Moderatorin Kay Garaway, 56, auf Instagram mit. In seinen letzten Stunden sei er von seiner Familie umgeben gewesen. Auch sie sei an seiner Seite gewesen und habe seine Hand gehalten, schreibt Garaway. Im März 2020 erkrankte Draper schwer am Coronavirus. Wochenlang lag er im Koma. Danach litt er unter den Nachwirkungen, verbrachte aus Erschöpfung viel Zeit im Bett und war auf einen Rollstuhl angewiesen. Immer wieder musste er ins Spital. Seine Frau trat kürzer und war nur noch selten im TV zu sehen. Sie wolle sich um ihren Mann kümmern und möglichst viel Zeit mit ihm verbringen, begründete Kay Garaway. Anfang Dezember erlitt Draper nun einen Herzstillstand. Erneut musste er lange ins Spital, da es wegen Long Covid zu Komplikationen kam. Laut britischen Medien verstarb er nun auch in einer Klinik. Garaway, die mit Draper zwei Kinder, 17 und 11, hat, schreibt auf Instagram, Ruhe in Frieden, mein Liebster. Ich hatte so ein Glück, dich in meinem Leben zu haben.